Hi YouTube, wir schauen uns jetzt an von Tim Jacken, wie AfD-Anhänger gerade Lügen über mich verbreiten. Tatsächlich ist das, was AfD-Anhänger am besten können, Lügen verbreiten. Aber Tim Jacken hat ja das Video gegen die AfD rausgehauen, was ganz gut war. Da habe ich ja auch drauf reagiert, findet ihr auch auf dem Kanal. Und ansonsten schauen wir uns einfach mal rein, was Tim da abbekommt. Das ist so typisch, man positioniert sich politisch und natürlich bekommt man da ziemlich viel Mist ab. Und wir schauen jetzt einfach mal rein, was für Miss Tim da abbekommt. Schäm dich Tim Jacken. Perverse, staatspopulistische, kleiner, pisserwein, dumm, verlogene Bastard. Weiß nicht, wie hinter Cash-Hubs zukommen lassen. So ist sicher sogar für Propaganda bezahlt. Ja, also ich habe, also ich gebe es zu. Leute, ich habe Tim Jacken bezahlt. Damit er dieses Video macht. Es war also die Trans-Lobby, Leute. Das war die Trans-Lobby. Ja, gab eine Menge Vorwürfe gegen mich seit dem AfD-Video. Und weil ich Real Talk ein paar davon echt lustig fand. Gucken wir uns heute mal an, was ich so für Reaktionen auf das Video bekommen habe. Weil da gab es... Ich habe auch darauf reagiert, aber ich war, glaube ich, sehr nett. Ich da einige. Aber bevor wir... Und ich finde diesen, also komplett off-topic, Tims Pulli ist super nice. Ich finde den richtig schön. Ich würde den auch gerne haben. Also den auch so übergroß. Ich habe keine Ahnung, woher er den hat. Aber ich finde den super hübsch. Sorry. Hat nichts damit zu tun. Um jetzt auf die dumme Scheiße schützen, wollte ich erstmal die ganzen positiven Sachen erwähnen. Weil als ich gesehen habe... Leute, lasst doch die Leute mal ein bisschen im Shadow-Band-Chat. Die Menschen auf dem Discord wollen doch auch was zu lesen haben. Leute, wenn ihr den Shadow-Band-Chat lesen wollt, dann könnt ihr bei mir reinzabben. Und auf den Discord gehen. Und das zusammen connecten. Und dann... Könnt ihr den lesen. Ist das nicht cool? Das ist richtig cool. Das ist... Ist das so ein Riesopult? Ist das Riesopult? Ne, das ist ein Merch von Raper Green. Ich weiß nicht, was das ist. Von Raper Green. Von Green ist es der... Das ist doch der... Kam nicht auch bei Julien Bam vor? Ich glaube, den kenne ich. Also, ne, jetzt nicht persönlich, sondern einfach nur. Dass der Musik macht, weiß ich. Wer das Video allein alles geteilt hat... Also einen Marvin, Teresa, Rick Esses, Georgia, Vanesco, Theo, Veni, Sofodorf... Und diese Finesse... Egal, das interessiert niemanden. Auch einfach Kaltsche Candela. Nein. War ich so... Bro. Ja, okay, gegen Kaltsche Candela bin ich dann auch raus. Das verstehe ich. Was passiert hier? Dazu auch fettes, fettes Danke an die ganzen Reactions, die gemacht worden sind. Also einen Alpha Kevin, Dick Calden, Stay, Freiraum Reh und... Die kenne ich. Die ist toll. Sorry. Also einen Alpha Kevin, Dick Calden, Stay... Stimmt, Dick Calden oder was hast du gemacht? Den kenne ich. Karl ist halt. Karl. Freiraum... Die ist toll. Ist die nicht wundervoll, diese Person? Die ist so toll. Ich will jetzt nicht so hochhypen, aber Kim ist schon wundervoll. Kann man einen Shoutout für Kim geben. Kim ist einfach eine so wundervolle Person. Und ich habe die heute Morgen noch gesehen. So ein Privileg. Es ist so süß. Komplett off-topic mal wieder. Aber es ist so süß, weil ich ja ein bisschen länger schlafe, als wenn Kim kommt. Und immer wenn dann Kim da ist, mit Mathilda da ist, dann kommt Mathilda immer vor die Tür, hinter der ich schlafe, getappelt. Und man hört das immer von draußen, wie sie da hinkommt. Und dann sitzt sie sich da hin und wartet, bis ich rauskomme. Und oh mein Gott, wie süß ist die? Und dann kommt die da hingetappelt. Und manchmal, wenn ich dann, ich habe heute, habe ich ein bisschen gewartet, um ihr aufzumachen. Das war auch sehr frech. Ich weiß das selbst. Aber dann hat sie angefangen zu knurren, weil ich nicht direkt rausgekommen bin. Das war schon sehr süß. Mathilda ist so eine Cute. Das ist einfach, ich liebe die Sorge. Er hat schon einige sehr gute Punkte gebracht und hat auch gezeigt, warum man die AfD auf gar keinen Fall wählen sollte. Was ich aber wirklich am heftigsten fand. Na, ich lasse jetzt mal jeden Kommentar. Und war, wie viele von euch das auch einfach geteilt haben. Also ich würde allein in 600 bis 700 Instagram-Stories erwähnen. Krass. Die an das Video geteilt haben und dafür einfach mal ein fettes, fettes Dank haben an die Community. Hätte ich echt nicht mitgerechnet. Aber es gab ja auch noch die andere Seite, die das Video halt eben nicht so gut fanden. Und weil die so gesagt haben, das gucken wir uns jetzt an. Der erste Vorwurf, der im Raum stand, war, dass ich von irgendwen bezahlt sein muss. Ja, hä? Jeder Mensch, der was gegen die AfD sagt, muss bezahlt sein. Ist doch logisch. Von den Öffentlich-Rechtlichen, von der Regierung oder... Von den Grünen. Und sonst wem. Also Leute, die versucht haben... Und soja, ich stehe vielen, vielen Dank für den Sub-Support. Nicht zu zerstören, haben das gesagt. Es ist Manipulation. Ich weiß nicht, wer hinter Cash hat es zukommen lassen. Ich glaube, dass es da schon jemanden geben wird. Ist das geil. Der hat das doch nicht mal monetarisiert, oder? Dann hat er gesagt, das ist ein super wichtiges Thema. Und das ist... Also, wichtiger ist das Geld dahinter. Und der hat es nicht mal monetarisiert. Also wenn es immer um Geld gegangen wäre... Und ein Blick hinter die Kulissen von TJs, wohlmöglich ÖRR-finanzierten... Mal grüße ich ihn noch. Vielen Dank für den Sub-Support. ...Anti-AfD-Video. Aber auch in den Kommentaren gab es den Vorwurf des Öfteren. Na, was hast du dafür bekommen? Am... Komisch. Okay, ich habe erst den Rahmen gesehen und dann den Namen gelesen. Ja gut, come on. Das ist also... Was soll man da sagen? Das ist überraschend, dass mit diesem Profilbild und mit diesem Namen... da nichts Sinnvolles bei rumkommt. Ampelpropaganda zu machen, du kleine linke Ratte. Ja, Tim, du kleine linke Ratte, wie kannst du? Bezahlter Kaspar. Wie viel Geld gibt es für solch ein Video vom Staat? Du bist der Kerl, der am ehesten die Fresse halten sollte mit deiner Doppelmoral. Wirst sicher sogar für Propaganda bezahlt. Ich glaube, der hat bei mir auch kommentiert. Ich kann mich an das... Ich glaube, gestern oder so. Ich kann mich an diese Zahlenfolge irgendwie erinnern. Vielleicht ist es auch irgendeine andere, aber es ist wirklich... Ich glaube, das war der. Das war auch irgendwo das Anti-Links. Deswegen würde es passen. Ah, dieses mit der Doppelmoral ist auch so wild immer. Von wem wirst du ungebildet erklauert? Irgendwie so die Profilmedaillie und Volkszorn. Alter, du nennst dich Volkszorn. Ja, gut. Für diesen unfassbaren Unsinn hier bezahlt. Von Nazi-Faser persönlich. Weil das Leute so mit Deutschlandfahne und Namen wie Volkszorn andere Nazi nennen, ist halt auch schon einfach, wenn man im Glashaus sitzt, mit dem ist halt nicht gut kirchend. Wo ich mich frage, meint die das wirklich ernst? Also, das muss doch irgendwie auch troll sein, oder? Also, ich finde es lustig, aber leider gab es nicht so viel Geld vom Staat. Ähm, dazu, falls ihr die Frage beantwortet haben wollt, wie viel ich mit diesem Video jetzt verdient habe. Genau, 31 Euro. Bei ihr so ist es mit gemeint, meiner Meinung nach. Aber hey, ne? Also, musst du ja sehen, wie du das möchtest. Dazu ganz kurz für die Transparenz. Ich habe ja gesagt, die Monetarisierung von Videos aus ist sie auch. Äh, aber Leute haben mir halt eben per Superchat ein bisschen Geld gegeben. Passiert ungefähr auch bei jedem Video. Und, äh, deswegen kam... Ist das so? Passiert das in jedem Video? ...ein eben diese 31 Euro zustande? Dazu übrigens, ne? Kuss, danke für den Support da. Und, äh, ist null nötig, Freunde. Das Thema habe ich ja nicht wegen des Geldes gemacht. Aber trotzdem danke. Dazu das Video, die 300.000 Klicks, geht fast eine Stunde. Wären schmackhafte, ich sag mal so 2000 Euro gewesen, die ich damit verdient hätte. Also, allein da sieht man ja so, macht man es wegen des Geldes? Ja, nur wegen des Geldes. Wegen dem 33 Euro Superchat hast du es gemacht. Gib's zu. Gib's zu. ...anderem kann sich jeder selber beantworten, ne? Nächster Vorwurf, der im Raum steht, ich würde Kommentare löschen. Schäm dich, Tim Jacken. Wieso löscht du so viele Kommentare? Steck sicher mit dem ÖR unter einer Decke. Wie viel wurde dir bezahlt für dieses Video? Das ist ja auch so lächerlich. Auch der Vorwurf, man würde, man würde Kommentare löschen. Ja, und jetzt? Es ist der eigene Kanal. Also, selbst wenn er halt Sachen löscht, weiß nicht, ob er es getan hat. Aber selbst wenn, ist es doch sein Channel und der kann entscheiden, was unter seinen Videos steht und was nicht. Und wenn halt viele Beleidigungen und so eine Scheiße stehen, dann verstehe ich, wenn man das löscht. Wo ist denn da das Problem? Video. Wieso löscht du Kommentare, die gegen deine perverse, staatspopulistische Geschwätz... Warte, was? Die... Also... Und der wundert sich, warum Kommentare gelöscht werden, ne? Weshalb löscht du Kommentare, die gegen deine perverse, staatspopulistische Geschwätz zählen? Hör auf mit diesem hirnlosen Dünnschiss, mach endlich etwas Vernünftiges oder wirst du von den verlogenen, korrupten Verbrechern dieser bildungsfernen Sektenregierung bezahlt? Wieder ein Beitrag mehr, weshalb ich seit Jahren AfD wähle. Und er wundert sich, dass er gelöscht wird. So Menschen wundern sich. Das ist ja keine Kritik. Das ist ja einfach nur Bullshit. Schwätz... Zählen. Ach, Zählen. Hör auf mit diesem hirnlosen Dünnschiss. Mach endlich etwas Vernünftiges. Oder wirst du von den verlogenen, korrupten Verbrechern dieser bildungsfernen Sektenregierung bezahlt? Das war... Du siehst so richtig, in welcher Ecke dieser Mensch drinsteckt. Sektenregierung und alles. Das sind halt so Dinge... Alter, aus welcher Richtung kommst du? Das ist ja ganz wild. Wieder ein Beitrag mehr, weshalb ich seit Jahren AfD wähle. Ja, ganz kurz. Eines muss man den Leuten lassen. Die Beleidigungen, die die raushauen, die sind echt kreativ und echt... Nein, das sind... Also, Tim, du machst nicht oft genug was gegen die AfD. Die gehören zum guten Ton dazu. Man denkt am Anfang, die sind kreativ, aber die sind einfach copy-paste. Funny. Also, den Punkt gebe ich euch. Weil zu aber ist natürlich kompletter Bullshit. Ich habe bis jetzt exakt zero Kommentare gelöscht. Außerdem kann man selber... Ja, das ist natürlich dann auch blöd. Das war so lustig. Oh mein Gott. Das war auch so lustig. Als ich einen Kommentar bekommen habe, bei dem Alicia Jo Video, dann drunter geschrieben wurde, Ey, das ist voll schlimm, wie du... Also, wie der Chat überhaupt nicht moderiert wirst. Also, nur Beleidigungen. Und das war nur Offline-Aufnahmen. Also, da war gar kein Stream-Chat. Und ich war so... Du hast, glaube ich, nicht eine Minute in das Video geguckt. Kann das? Also, das war einfach nichts. Da konnte nicht beleidigt werden. Dann konnte gar nichts passieren. So, es war einfach nur so... Ja, aber das ist voll schlimm. Da wird rumbeleidigt und nicht moderiert. Ähm... I don't know. So funktioniert das nicht, in einem Offline-Aufnahme-Mode-Stream-Chat. Aber, hey. Könnte man meinen, dass die einfach nur irgendwelche Vorwürfe machen und copy-pasten, ohne dass es so irgendwie Hand und Fuß hat? Könnte man meinen. Wäre auch richtig. Prüfen, ob der eigene Kommentar gelöscht wurde. Oder nicht. Die Schlauen von euch finden heraus, wie. Wo wir aber gerade bei lustigen Beleidigungen sind. Man hat ordentlich versucht, mich zu fronten. Einerseits wieder in Videoform. Geht's dir noch gut? Brauchst du irgendwie Hilfe? Ja? Oder wie sieht's aus mit Pillen? Brauchst du vielleicht Pillen oder so? Keine Ahnung. Aber auch in Kommentarformen gab's halt wirklich einiges. Und jetzt viel Spaß mit den besten Kommentaren, die ich zu meinem AfD-Video bekommen habe. Oh mein Gott. Ich hab Angst. Was für ein kleiner, manipulierter Antifa-Boy. Bitte verschone uns vor solchen kleinen, dummen, verlogenen B******en. Es ist schon schlimm genug, die links-grün-versifften Marionetten zu ertragen. Das ist auch so. Also... Ich find, das zeigt einfach so krass, in was für einer Battle du dich da bewegst und wie krass abgerutscht du bist, ne? Also... Er ist so ein kleiner, manipulierter Antifa-Boy. Das geht in so Verschwörungsmythen-Richtung. Auch mit den Manipulationen und bla. Und Antifa sollte übrigens, by the way, normal sein. Jeder Mensch sollte antifaschistisch sein. Und in Aktion treten würde, verschone uns vor solchen kleinen, dummen, verlogenen... Ja... Das ist doch schon schlimm genug, diese links-grün-versifften Marionetten. Und auch dieses Marionetten, das ist halt Verschwörungsmythen... Verschwörungsmythen scheiße. Also es ist einfach... I don't know. AfD ist die beste Partei. Ihr seid wie Hitler... Dreckiges... Vor allem auch da wieder AfD ist die beste Partei. Ihr seid wie Hitler. Und man denkt sich so, ja, du hast schon mitbekommen, was Höcke so machen möchte. Und das ist... Also... Du siehst da keine Parallelen und so. Es ist in denen so gar nicht. So null. Auch im Vorgehen. Ist vielleicht nicht unbedingt, wer im Glas aussitzt, ne? Grünes Pack. Schäm dich, du links-grün-versiffter Gutmensch. Ich finde es auch so wild immer noch Menschen, die Menschen, die Gutmensch als Beleidigung nutzen. Schäm dich dafür, dass du guter Mensch bist. Schäm dich dafür. Du kleiner P***er wirst die AfD auch nicht aufhalten können. Triggern. Rede vernünftig Deutsch, du L***. Tim Jacken ist ein Larpen. Und dieser links... Ein Larpen? Tim Jacken will Larpen? Also Tim, wenn du mal Bock hast auf Larpen, sag Bescheid. Grün-versiffte K***er. Junge, rauch weniger und versuch zumindest, dein Nicht-Vorhandenes hinzunutzen. Bruder. Es sind einfach Killer-Kommentare. Aber wir waren auch nett. Sympathisch. Man kann sich unterhalten, oder? Nichts dagegen sagen. Du kommst so oder so nicht auf dein Leben klar. Du bist geistes... Ja, das ist halt auch immer dieses Pathologisieren, ne? Wieder von Menschen auch dieses... Ach, ich finde dieses Geisteskranken immer so... Auch so ein Wort, wo ich mir denkst, du bitte hör doch auf. Krank und zugek***t, er ist F***. Man hat dir eine Gehirnwäsche verpasst. Du laberst nur die Lügen der Altparteien nach. So ein Quatsch. Oh, dieses Altparteien-Geschweifel kommt ja auch viel von der AfD. Und ganz ehrlich, also die CDU ist ja auch reine dann von diesen Altparteien. Und die quatschen tatsächlich der AfD grad nach. Und ich denk mir halt auch so, Leute, vielleicht mal ein bisschen mehr Inhalt und ein bisschen weniger Bullshit. Volksentscheide! Ihr seid ein lächerlicher Haufen und wenn wir als Volk entscheiden dürften, würdet ihr ganzen Minderheiten endlich mal erfahren, was Demokratie bedeutet. Das ist... Also, der Satz ist sowas von Nicht-Demokratie. Würdet ihr ganzen Minderheiten endlich mal erkennen, was Demokratie bedeutet. Das ist halt auch so. Ist das eine Drohung? Demokratie ist auch Minderheitenschutz. Bitte versteh das. Und by the way, das Volk entscheidet übrigens auch mit Wahlen und die AfD ist nicht die Mehrheit. Nur mal so. Ich weiß, das mag jetzt erstmal anders wirken, aber die AfD ist nicht die Mehrheit. Digga, Minderheiten ausgrenzen. Das ist Demokratie. Du gehörst mich. Das ist Demokratie, absolut. Also, Minderheiten ausgrenzen und Demokratie sind einfach so. Klapsmühle bei so viel B**** wie du hier laberst. Digga, es ist... Es ist wirklich geil. Dazu ging man natürlich auch noch auf... Die sind die schweigende Mehrheit. Ich wünsche wirklich, die würden endlich mal schweigen. Lange Haare ein. An langen Haare, der klärt uns über Politik auf. Kann ja gut werden. Klassiker. Oder auch Tim Jacken. Ein Kind will Kindergärtner sein. Der Bengel wird die AfD nicht mal ankratzen. Der und wie viele andere hier in den Kommentaren wissen gar nicht, wie es ist, normal arbeiten zu gehen. Und dieser... Das ist auch so ein Bullshit. Als ob Menschen hier und nicht im Chat normal arbeiten gehen. So, und als ob das so ein Ding ist. Auch wenn du normal arbeiten gehst, dann hast du... Dann bist du krass. Und dann hast du erst eine Stimme, oder was? Hä? Oh Mann. Und diesen Start nach dem Leben zu halten. Von euch kommt nichts als heiße Luft. Dass ich zu jung bin, ist natürlich auch ein Klassiker. Bei den letzten Kommentaren fand ich aber noch den Fakt interessant, dass ich ja mittlerweile für drei Leute den Lebensunterhalt bezahle. Also drei Leute leben... Im Prinzip sind sie noch nie arbeiten gegangen. Ja, stimmt. Weil Influencer... Also Content Creation ist auch keine Arbeit. Das wissen viele gar nicht. Und es ist auch nicht so, als hätte ich schon in verschiedenen Bürobereichen gearbeitet. Ist noch nie passiert. Ich bin halt mainly von dem Geld, was sie bei mir verdienen. Und deswegen... Ja, man kann natürlich als junger Bursche nichts zur Gesellschaft beitragen. Nee, das geht nicht. Wer nicht mindestens 30 Jahre Berufserfahrung hat, der hat keine Meinung. Meine Meinung. Ah, ich habe aber nicht 30 Jahre Berufserfahrung. Shit! Ich habe keine Meinung. Meine Meinung. Verdammt! Das ist auch einfach nicht gut. Was ich aber auch ein bisschen beängstigend fand ist, ich habe ja mal im Video erklärt, der ganze Klimawandel-Part. Es gibt keinen Zweifel an den Klimawandel. Ich habe das mal erklärt. Die AfD konnte nicht einen ver***ten Wissenschaftler nennen, auf den sie sich schützen können. Würde ich mir Gedanken drüber machen. Ansonsten, falls ihr das nicht mehr vor Augen habt, klickt einfach den Klima-Part. Aber es gibt echt viele Leute in den Kommentaren, die so unterwegs waren von wegen, ja, nee, Klimawandel ist trotzdem nicht menschengemacht. Ich habe zwar gerade die Schlussfolgerung von dir gehört und es gibt einen hundertprozentigen Konsens, der Wissenschaft, aber glaube nicht dran. Also sowas hier. Sie zweifeln nur den Einfluss der Menschen in diesem Fall an. Und das kann ich durchaus auch verstehen. Nein, das ist nicht irgendwie zweifelhaft oder so. Das ist wirklich, es gibt nichts in der Wissenschaft, was so eindeutig ist, wie, dass wir auch mit dran schuld sind. Die Klimakatastrophe ist die größte Lüge des Jahrtausends. Klimanotstand ist eine Lüge und Pseudowissenschaft. Der Kollege sollte man... Das ist auch so ein Bullshit, auch gerade die Menschen, auch gerade bauen sollten das gerade, also merken das total, Menschen, die im Gartenbereich arbeiten. Ich meine, ich habe ja auch im Gartenbau gearbeitet und das sind Dinge, wo man es einfach merkt. Man merkt es an den Schädlingen, die da sind. Man merkt es einfach daran, dass es einfach viel zu trocken ist und so. Und wir merken es halt auch eben an... Also gerade in Deutschland merken wir es vielleicht weniger als in anderen Ländern, aber trotzdem merken wir es. Es gibt halt Orte, die einfach nicht mehr bewohnbar sind. Es gibt... Also keine Ahnung, dass man das irgendwie nicht merken kann. Und ich finde es auch richtig wild, weil ich meine, wir wollen ja ganz viel Klimaschutz machen und damit auch viel Naturschutz machen und selbst wenn es nicht Menschen gemacht wäre, was ja total Bullshit ist, aber selbst dann und es würde sich nach ein paar Jahren rausstellen, ah nee, war doch nicht Menschen gemacht, ist das Schlimmste, was dann dabei rausgekommen ist, dass wir Naturschutz betrieben haben und weniger Scheiße in die Natur geballert haben. Ich finde, das ist okay. Also ich meine, das ist ein Ausgang, mit dem ich leben kann, ehrlich gesagt. Mal ein bisschen weniger Julian Reichelt gucken, oder auch der nächste Kollege ist, glaube ich, was richtig Kleinem auf der Spur. Klimaflucht ist keine Flucht. Kein Flüchtling flüchtet durch das Klima. Doch, weil sie dort nicht mehr leben können, weil es entweder zu heiß ist oder halt irgendwie sagt, dass das Essen knapp ist dadurch, dass es halt auch zu heiß ist und dass Sachen austrocknen oder Sachen überspült sind, weil es viel mehr Hochwasser gibt. Das gibt es schon. Gründe doch. Nenn mir einen Flüchtling, der an der Grenze stand und sagt, ich flüchte, weil es mir zu warm ist. Genau, das sagen die dann auch. Ja, wir sind ein bisschen zu warm da gewesen und deswegen flüchte ich von da. Was sollen die sonst machen? Klima entwickeln? Ja, ist das wirklich so. Hä? Bullshit! So, ähm, ja, was machen wir da mit den Klimaflüchtlingen zum Beispiel aus dem Video von Ju, die halt fliehen müssen, weil deren Scheißinsel, auf der sie leben, halt einfach untergeht? Nein, die haben gesagt, es ist warm. Spuren der Menschen, die vor dem Klimawandel flüchten, führt mich meine Reise in einen der 5000 Slums von Dakar. Ich glaube, Ju steckt auch mit der Regierung unter der Decke. Ja, der wird auch bezahlt von der Regierung, ist klar. Gehörst du den Eliten? Ich glaube schon. Ja. Aber das Ding ist, laut den Kollegen, müssen wir mal wieder anfangen und die wirklich wichtigen Fragen zu stellen. Bruder, das ist so scheiße, ich kann das nicht seriös vortragen. Aber seht selbst. Influencer bezahlt werden für solche Art von Videos, was ja auch gar nicht mal so abwegig ist, bedenkt man, dass die alle... Das ist so ein Bullshit. Ganz ehrlich, wisst ihr was? Also auch, als ich mit den Öffentlich-Rechtlichen und so zusammengearbeitet habe, wisst ihr, wer die Leute sind, die am wenigsten Geld bezahlen? Kleiner Hinweis, das sind nicht die Firmen. Also gerade viel, was man mit Öffentlich-Rechtlichen macht und der Regierung macht, sind einfach super schlecht und wenig bezahlt. Also wenn es wirklich ums Geld gehen würde, dann macht man das nicht. Dann macht man immer noch weiter Dinge einfach mit Firmen, weil Firmen einfach viel mehr Geld zahlen für solche Sachen. Das heißt jetzt nur, weil sie sich dafür bezahlt haben. Verdammt! Management im Hintergrund zu zahlen. Wir reden komischerweise nicht mehr über die Managements. Das war damals völlig normal. 2010 rum, 2011, 2012 und so ein Gramm, dass man wusste, wer zu welchem Management gehört. Ich bin bei Instinct 3. Das ist ein tolles Management. Wer welches Netzwerk im Hintergrund stehen hat, macht man heute komischerweise nicht mehr. Das ist kein Thema mehr, über das man spricht. Ich frage mich, warum. Der Pro ist wirklich gar nicht... Das ist auch so ein Bullshit. Also ich kenne das schon, dass man schon darüber spricht, über... Egal. Ist auf der Spur. Das Ganze ist immer auf der Spur, ja. Mann, Alter. Ich will doch nur hin und wieder aufnehmen. Ich meine, er ist nie auf der Spur. Aber ja klar, wir müssen mal wieder mehr über diese dubiosen Managements reden. Die Managements planen natürlich 100% durch, was wir kleinen Mini-Youtuber so treiben, weil die zählen ja die Fäden. Ey, deep, cute, boy, flowy. Bruder, hör besser auf deine Kritiker. Dazu gab es aber natürlich auch noch ein paar, ich sag mal, Echt? Eklige Reaktion? Weil es... Ich fand wirklich erstaunlich. Erstaunlich viele haben verteidigt, warum Politiker das N-Wort so viel sagen. Also der Kollege hier sagt, dass das N-Wort kein rassistischer Begriff wäre. Meint dieser Landtagsabgeordnete zum Beispiel, dass man Menschen mit schwarzer Hautfarbe weiteren N-Wort... Ah, das wird aber ein bisschen gepixelt, aber halt nicht gut. ...nennen sollte. Klassiker. Oh nein, er hat... ...gesagt. Okay, ich dachte Szene. Es ist da und also keiner. Das war nicht gut rausgepiept. TJ. TJ. Also... Also, ich war zensiert durch mich. Kannst du vielleicht... Du hättest einfach den Sound rausnehmen können. Das war nicht gut rausgepiept. Es war ein Versuch. Muss ich jetzt wieder raus? Aus der Szene, ja, ne? Es wird, glaube ich, nochmal eingeblendet. Oder auch schon wieder deep, cute, ball, flowy. Man auch. Ist natürlich nix rassistisches. Das ist was rassistisches. Oh mein Gott, gut, dass ich gestoppt hab. Ähm... TJ, pass auf. Was tust du denn? Er sagt's halt einfach nicht. Es ist halt wirklich so. Bitte. Aber es ist rassistisch. Leute, also das ist wirklich... Wenige Wörter, so in die Richtung, wo sich die Leute so einig sind. Wie in dem Fall. Aber hier ist es nicht rausgepixelt, ja? Der sagt einfach, das Wort N ist neutral. Punkt. Ich hab niemanden beleidigt, der herabgesetzt... Hab gesetzt, das wäre Rassismus. Nein, okay. Der Mensch hat einfach Rassismus gar nicht durchgespielt. Ich... So. Okay. Langsam nicht mehr in Ordnung, weißt du selber, ne? Naja, außer du bist halbgerechtig. Dann könnten wir vielleicht nochmal drüber reden. Ja, stimmt. Wenn man halbgerecht ist, darf man das Antwort nutzen, hab ich auch mir so sagen lassen. Wie hieß der Typ nochmal das gesagt hat? Ab 29 geht's. Ja, sehr schön. Dann geht's wieder. Naja, aber ich glaub, ihr erkennt so langsam, in was für eine Richtung das hier geht. Danke, Mats. Dazu gab's natürlich auch angebrachte Kritik. Gar keine Frage, Freunde. Ähm, wo Leute zum Beispiel auch einzelne Punkte nicht so gefühlt haben. Oder gesagt haben, ey, das kann man aber auch so und so vielleicht ein bisschen betrachten. Ähm... Ja, ich hab das mit dem Trans, da hättest du auch ein paar Sachen besser sagen können. Aber... Aber grundsätzlich ist das Video in Ordnung oder auch gut fanden. Ähm, hab ich mir recht viel durchgelesen, aber das wär jetzt für so ein Video hier äh, way too much. Es gab natürlich auch Kritik, dass ich noch mehr Infos mit reinnehmen hätte können. Ähm, wurde auch viel in den Kommentaren geschrieben. Ja, obwohl ich da auch verstehen kann, weil man irgendwann... Also, je nachdem, wie lang das Video ist, guckt sich das halt auch keiner mehr an, ne? Und das ist dann halt auch doof. Dafür auch auf jeden Fall danke. Oder auch so Kritik, wie dass man das Wort transsexuelle nicht mehr so viel benutzen sollte. Ähm, und für solche... Zum Beispiel. Das hab ich auch gesagt. Danke, dass du das dir annimmst und reflektierst. Das find ich cool. Kritik bin ich natürlich super dankbar. Also, ich bin ja jetzt kein Johann List, der hier vom Himmel gefallen ist und der sagt, ey, ich bin perfekt. Bin ich nicht. Ich bin einfach ein YouTuber, der sich einfach mal in ein Thema sehr doll reingefuchst hat. Mit einem unfassbar schönen Pulli. Ich muss das nur noch mal kurz betonen. Und halt ein Video drüber gemacht hat. Aber all in all, muss ich sagen, das fand ich echt krass, ist, dass der absolute Großteil, den man an Gegenwind bekommen hat, einfach nur ein echt großer Haufen Scheiße ist. Also, ja, das ist immer so, wenn man Rechte und AfDs kritisiert. Das ist so. Das meiste ist einfach nur ein Haufen Scheiße und Beleidigung. Weil die einfach nicht so gute Argumente haben. Weißt du, das war ja auch, das Video von TJ war ja gut gemacht. Und hat da ja auch alles aufgezählt, auch mit Quellen. Und die können da halt nicht viel gegen sagen, außer dich zu beleidigen. Wo ich mir denke, jo, ist das jetzt dein Punkt, dass das N-Wort nicht rassistisch ist und deswegen ist mein Video scheiße. Das sollte man weniger benutzen, das nehme ich mit, darum reproduziere ich es nochmal, obwohl ich es in dem Fall gut verstehen kann, warum man es hier reproduziert, damit die Leute auch wissen, was für ein Wort man nicht nutzen sollte. Wenn du es einfach komplett rausgeskippt hättest, dann hätten jetzt vielleicht die Leute, die jetzt zugucken, nicht gelernt, dass man dieses Wort nicht mehr nutzt, weil sie nicht wissen, welches Wort. Und das ist halt auch immer so ein Ding. Ich glaube, beim N-Wort wissen die Menschen einfach, was das Problem ist und welches Wort gemeint ist. Aber bei, hättest du jetzt irgendwie T-Wort oder irgendwas gesagt, hätten die Leute das nicht gewusst. Interessant. Mit dem Video hier schließen wir das Kapitel AfD jetzt auch mal so langsam ab. Ähm, waren echt ein paar stressige Wochen, kann ich sagen. Auch nochmal fälles. Ich finde es auch wichtig, was man stattdessen wissen soll. Das stimmt, das wäre noch gut gewesen. Er hat das zumindest reingebracht und gesagt so, nutzt lieber stattdessen trans, transgeschlechtlich, das wäre ganz gut. Shoutout an Nico, weil wir haben wirklich, wir waren sehr tief im Thema drin und es war echt teilweise ein bisschen belastet. Aber abschließend lasse ich eigentlich noch sagen, danke für euren Support, danke für eure Liebe, danke für die 31 Euro, ne? Also, ne? Und mach's gut. Einfach bezahlt. Und hast nicht so viel von rechten Idioten triggern. Haut rein. Haut rein. Danke für das Video, es war ein bisschen, es war wieder, hat wieder sehr gut gezeigt, was für sinnvolle Kritik man doch so ausgesetzt ist, wenn man gegen die AfD was macht. Und dann wird einem vorgeworfen, ja, aber geh doch auf Kritik ein. Man denkt sich so, was soll ich denn eingehen? Das ist doch alles Mist. Deswegen fand ich das ein ganz gutes Video, hat es auf jeden Fall ganz gut gezeigt. Bei der N-Wortstelle hätte man vielleicht noch ein bisschen besser zensieren können. Das wäre schön gewesen. Das wäre sehr schön gewesen. Genau, und halt bei Trans hätte man dann, hätte es so sagen können, was man lieber stattdessen sagt. Ah, es sind halt, ne? I guess das ist eine Kleinigkeit, das Letzte.